Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir machen weiter hier in dem Gebiet und werden wahrscheinlich jetzt zu einem Boss-Fight kommen. Ganz, ganz wahrscheinlich sogar. Und ich will mal ganz kurz gucken. Oh, vorher haben wir so viel gefunden hier in der Gegend. Ja, 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 genau. Wir stecken den erstmal direkt wieder nach oben. Der sieht mich wahrscheinlich. Ich renne jetzt einfach mal durch. Auf jeden Fall, nice, dass ihr wieder am Start seid. Lasst gerne eine Bewertung da als Unterstützung. Würde mich sehr freuen. Vielleicht können wir ja jetzt mal unseren Asche-Buddy mal wieder rufen. Ja, tatsächlich. Loretta! Sehr gut. Ja, das ist halt so geil, wenn du da Feuer ausrüstest, dass er auch dein Feuer nutzt, ey. Boom, Junge! Boom, Junge! Juckt uns gar nicht. Juckt uns nicht. Tschüss! Juckt uns nicht. Gut. Rettas kriegst sich auf 200.000 Seelen für den... Für die Lappen! Oder für die Lappen? Für den Schwamm? Baum, oh, Baum. Tja. Tja. Gut. Ich würde ja sagen, war spannend, aber... Ist das jetzt ein Licht, oder was? Was ist das hier, Alter? Hat die Drexel das extra da getan, weil man denkt, das ist so ein Ort der Gnade? Aber ja, ansteckende Wut hätte ich eigentlich auch nicht nutzen können. Ich vergesse es immer so oft. Geht hier noch weiter raus? War das einfach nur so ein Zwischenboss? War das so ein Zwischenboss für das Gebiet? Es gibt einfach... Hey, ich will dich haben! Kleine Kiste! Warte auf mich! Ich komm nicht holen. Ist schon krass, wie viel Leben wir haben, Alter. Ist schon heftig. Wie viel Leben wir haben durch den Talisman? Okay. Und ich hab ja nicht mal meine Rune aktiviert, gerade aktuell, ne? Ist das eine Falle, oder was? Jetzt kriegen wir die hinterhergeworfen. Wir kriegen mehr von denen als... Warte mal, jetzt... Wir haben seitdem acht Schmiedestein, drei, äh, ja, Schmiedestein acht bekommen. Acht Stück. Und drei haben wir, äh, drei Stück haben wir davon. Und einen hab ich schon ausgegeben. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wieso ist, äh, dieser achte Stein einfach so unfassbar selten? Und der uralte Mega-Super-Schmiedestein ist nur halb so selten, äh, oder doppelt so selten nur. Das ist einfach eine richtige Verarschung mit dem Achterstein. Stütze des Harling-Bombs. L-Fail? L-Fail? Wunderschön. Mega. Mega geil. Alter Schwede. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich seh dich. Ich hab dich gesehen. Stufenaufstieg schon wieder im Level. Und es geht wieder vier Stück hoch. Oh mein Gott. Wir haben für den Boss 200.000 Seelbekommen. Da muss er erst mal drauf klarkommen. So, aufgepasst jetzt. Ah. Okay. Hm. Machen wir das doch als erstes, äh. Nee, den da, nee. Unten, unter mir. Nochmal bitte anvisieren. Ich krieg für diese Lappen zweieinhalb Tausend Seelen. Wo sind wir hier, Alter? Junge, was willst du? Kommt der andere zurück jetzt eigentlich mal wieder? Dreifache Lichtringe. Alter, das hat der andere auf mich geschossen. Warte mal, als wir den Baum runtergeklettert sind. Und dann wirklich zu diesen steineren Wegen gekommen sind. Wo dieser Riesen-Block-Typ, Marshmallow-Typ mich beschossen hat. Wo ich einmal gestorben bin. Wie kommt man da hoch? Da sind ja noch Orte, wo wir noch nicht hingekommen sind. Wie kommt man da schon wieder hoch, Alter? Oh, schlau. Schlau. Du schlau. Du schlau. Du tot. Du tot. Dein Kollege guckt auch einfach nur zu. Der scheißt auf mich. Der mochte dich anscheinend nicht. Das ist ein Rasier-Runk. Ich rasiere die hier gerade. Oh, nicht weg. Stabil, Junge. Nicht schlecht. Kann es sein, dass man eigentlich von der anderen Seite kommt, weil er hier so gerockt hat. So, als, weißt du, dass er dich runter schubst. Wahrscheinlich schon, ne? Vorsicht vor rechts, ja. Man kommt wahrscheinlich wirklich von der anderen Seite eigentlich. Okay, cool. Ich höre schon wieder, so einen drecklichen Käfer. Wo ist er denn? Kann man mich schon, ja, kann man mich schon auch runter zu dem Baum? Na, was hast du gesehen? Oh, shit. Ich habe den gar nicht wahrgenommen. Warum leuchtet der so? Sind die irgendwie so geheiligt von dem Baum hier? Kommt da gerade noch einer angerannt? Über mir sind ja auch noch welche. Oh, Gott. Okay. Scheiße, man. Es macht voll Bock gerade mit dem Schwert, die einfach wegzuklatschen. Ah, deswegen leuchtet der. So. Dass sie irgendwas checken, das ist schon alles vorbei. Geil. Geil, Junge. Vernichtermodus. Ah, guck mal hier. Macht das Bock gerade? Finger versuchen. Finger in den Po, oder was? Finger pro Mexiko. Was haben die denn jetzt hier beschützt? Wozu ist das jetzt gewesen? Wozu ist das? 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 Ich gehe hier erstmal lang Hier kann ich auch runter Und dann noch komplett runter Ja, Junge, was ist hier los, Alter? Ich gehe einfach hier hinter die Wand Und jetzt? Ja, und jetzt? Und jetzt? Kommst du? Ich weiß, dass du mich da reinlocken willst Meinst du, ich bin so dumm, oder was? Oh, Alter, Junge Das war zu viel, das ist gut, jetzt Geil, sehen sie ja aus, wa? Wo ist der Typ, äh? Flatter, Flatter, Junge Noch eine goldene Rune 10 Uh, knapp Oh nein, wie ekelhaft... Der ekelhafte Typ da unten mit den 38 Armen, äh Was ist das? Was ist das hier in Elm Ring eigentlich? Dass es zu viele Leute gibt und es zu viele kommen, äh, das ist doch die Scheiße, man Das ist ein reines, ich klopp mich hier einfach hier durch, wa? Die Scheiße ist nur Die Scheiße ist nur, Leute Und wir sterben Dann ist sowieso scheiße, aber dann muss ich mich an allen nochmal vorbeikämpfen Wo ist der Typ, der so leuchtet? Ich schwör's doch Oder sind es die Leute selbst, äh? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Doeità Obesu, Johnny Oh shit, Alter, was regnet da auf mich runter? Ich hab's gerade noch angeschlossen, ne? Oh scheiße, Alter, die Seuche auf dem Boden, ne? Oh Gott Ich komme mir vor, als hätte ich mich jetzt hier 50 Minuten durchgekloppt Wir sind einfach eine Viertelstunde erst drin Und in dem Gebiet erst 10 Minuten, einfach 10 Minuten dann Leute weggeklatscht Cool, alles umsonst eigentlich gefühlt, ne? Fühlt sich geil an, ne? Direkt ist die Laune am Boden, ne? Direkt ist die Laune am Boden Weil wie gesagt, man hat's gesehen Die sind absolut keine Herausforderung, die Leute, aber Sich bis dahin jetzt durchzukloppen nochmal Ich werde jetzt nicht jeden mitnehmen Ich werde jetzt nicht jeden mitnehmen Nur Leute, die mir vielleicht dann gleich im Rücken fallen könnten Da kann man möglichst nicht sterben jetzt Ich überlege auch die ganze Zeit schon, wie ich das jetzt mache Wenn der Boden verseucht ist, ist natürlich Oh shit Ist natürlich scheiße, ne? Und ich währenddessen beschossen werde? Ach, hier ist auch noch ein Rohr Das ist auch ganz geil, habt ihr gerade gesehen, vielleicht Dass die Waffen teilweise andere Schläge haben, wenn du am Kriechen bist Siehste? Dann macht er nämlich so einen Stich nach vorne Echt ganz geil, Mann Dann ist es ja ganz gut gewesen, dass ich hier Extra verreckt bin Okay, da sind zwei Leute an dem Ding Zwei Leute Ach guck mal, da ist noch eine Leiter Ich könnte mich natürlich auch komplett runter droppen lassen Und dann nach hochklettern, wenn ich mich durchgekämpft habe Könnte man auch machen, ne? Da sind auch nochmal zwei Dinger Die auf mich schießen Ach, scheiße Wahrscheinlich mit der ekelhafteste Weg, den man nehmen kann, ne? Scheiße Ne, 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 da komme ich nicht hochgesprungen Da komme ich nicht hochgesprungen Die Schräge muss man da hochnehmen Da hinten Die da Was leuchtet hier? Was höre ich da für ein Geräusch die ganze Zeit? Was, was ich da für ein Geräusch die ganze Zeit? Der hat es überlebt? Der hat den Fall überlebt, obwohl er es schon angeschlagen hat? Alter, krass. Oh, meine Leiche liegt natürlich nach ganz vorne. Mit 150.000 Seelen. Oh, shit. Ja, 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 ist ja gut. Ah, solche Leute. Oh, die halten dann mal viel aus. Sorry, ich lauf einmal durch. Ja. Manchmal einfach schlau sein. Manchmal einfach schlau sein. Schlau sein. Schlau, schlau, schlau. Von hinten die Scheiße aufräumen. Weißt du? Hinten kommt die Scheiße raus. Also hinten auch aufräumen. Oh, mein Gott. Und ich trecke direkt in die Fresse. Scheiße, er verschwindet gleich, weil ich zu weit aus der Zone bin. Lass mich doch da rein, du kleine Ratte. Lass mich doch mal kurz meine Nase kratzen, Mann. Eine dumme Scheiß-Sau, du, ey. Scheiße. Ne, das ist zu viel, Alter. Das ist einfach Geistes-Kantur. Oh, mein Gott. Oh, scheiße, Alter. Ja, ja. Alter. Die Typen, die beiden Ritter werden alleine schon hart. So viel Video austeilen, vor allem. Die beiden alleine werden schon hart. Cool, Alter, cool, cool. Cool, einfach nur auch cool. Ach, ja. Okay, ich hab nichts gesagt. Bin weg. Ciao. Ah, die Seelen weg. Die Seelen sind weg. Habe ich nicht gerade gesagt, schlau sein? Schlau sein? Ja, wie könnte man hier schlau sein? Ach ja, warte mal kurz. Vielleicht die Einzelnen holen. Die Rattenkinder. Guck mal, hier ist noch eine Leiter. Aber wie schaffe ich es jetzt? Scheiße, 60.000 Seelen ist schon hart. Ach, krass, wenn man den ruft, dann verliert der Lebenspunkt in dem Bauch. Komm mal hier. Komm her, komm her, komm her. Komm, komm, komm. Mann, die Seuche, Alter, wie viel Schaden das macht. Das ist doch nicht mehr normal. Das Problem ist, wenn die jetzt auf mich schießen, jetzt nicht. Komm, wir kämpfen, komm, wir kämpfen. Komm, wir kämpfen, komm. Komm. Puh, 60.000 Seelen weg ist schon hart. Komm, wir kämpfen, komm, wir kämpfen. Ach, Junge. Frisch komplett ab jetzt. Er macht auf, O. Er ist jetzt nicht raus. Ey, Junge Was ist das, Junge? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht, Alter Dass er hier Dauerfeuer macht jetzt Mit der fucking Attacke, Alter Achso, der hat sich wieder Achso, der hat sich Cool, dass er wieder volle Lebensenergie hat Nice, geil Sag mal, habt ihr gesoffen, oder was? Hätt sich die Scheiße ausgedacht Oh mein Gott, oh mein Gott Wie schnell Das ist ja unfassbar Scheiße auf euch Laune komplett im Keller Solche Gegner sind einfach, weiß nicht Macht er Dauerfeuer, das haut Mega heftig rein und dann diese Scheiße Seuche Attacke, Alter Ich sehe es, ich weiß, ich muss Abhauen, ich aue ab Ich habe gar keine Chance Ich bin trotzdem tot Während ich abhauen, werde ich einfach getötet Von der Seuche Was willst du da machen? Was willst du da machen? Sprung Attacke am Arsch, Alter Was willst du da machen, Alter? Außer im Strahl kotzen einfach nur Ist halt die Frage Wenn der tot ist, der Baum Ob der denn für immer weg ist Weißt du, ob das so ein Gegner ist Heftig Ist schon traurig irgendwie Ist schon traurig, ey Du läufst da durch Haust jeden Du klatschst jeden weg Und dann kommt ein Gegner Der dich aber so heftig Hopst nimmt Mein Gott, wirklich Okay Ich häng fest, ich komm nicht weg Alles klar Alles klar Ey, man hat hier ganz oben angefangen Mit der Folge Ah, komm, ist ein Boss Okay Ich klatsche in einer Minute weg Okay, gar kein Problem 200.000 Seelen Alles in meine Tasche Cool, cool, cool Oh, neues Gebiet Klar, ich glaub da durch Ah, ich klatsche jeden weg Gar kein Problem Gar kein Problem Ey, ich fühl mich cool Das macht voll Spaß Ey, Leute Merkst du das? Ich hab gute Laune Wie, du hast gute Laune Haha Was, was, was gute Laune Du, gute Laune Alles klar Komm Komm, wir ficken deinen Arsch Komm Komm, man lernt euch jetzt so explizit reden Aber so fühlt sich das gerade an So fühlt sich das gerade an Und nicht anders Hatten die nicht von Also der andere Typ, der der Einzelne war Wo wir noch auf den Dächern waren Hat der nicht irgendwie voll Schaden bekommen Als ich diesen Stich nach vorne gemacht habe Warum kriegt der jetzt keinen Schaden Ist das geil, was die da machen Also findet man das geil Oder was ist das, Alter Was macht ihr denn Das ist doch einfach nicht mehr normal Die Gegner Was soll das, Alter Was ist das Wer hat sich so eine Scheiße überlegt, Mann Ich komm mir auch nicht klar, wa Ich kann jetzt auch nicht Scharlach-Dingsbums rausholen Weil die meinen Arsch ficken, Alter Die ganze Zeit Es tut mir leid, wa Ich bin so aggressiv gerade Die facken mich so ab, Alter Das ist die schlimmste Ecke Im ganzen Spiel bisher, wa Das ist die schlimmste Ecke Im kompletten Spiel Diese 30 Meter Die die Mit dem Baum Der selbst nicht spammt den Angriff Wie sonst was, Alter Was ist denn hier los, Mann Wo bin ich hier gelandet Ich muss hier abhauen, bevor ich komplett losheule, ey Dass sich das auch noch um Weißt du, dass es umschwenkt Von Meckern Ragen Zu Ich heule einfach nur noch Schnell weg hier, ey Besser ist es für mich Und für euch Vertraut mir Scheiße auf euch so hart Scheiße auf euch Kleinen Wichser Kleinen dummen Wichser Scheiße Oh, so, cool Wir können nur noch einherstellen Geil Einfach geil Scheiße, Alter Kurze mal beruhigen Und ist das Schale Ja, ist es Scheiße, Alter Ich bin geliefert Bin geliefert Hier in dem Gebiet Oh mein Gott Läuft man langsam Scheiße Oh, Alter Dieser eine Versuch muss klappen Äh, hier durch das Gebiet zu kommen Ich hab nicht mehr viel Zeug Das sind die letzten zwei Die letzten zwei Ich seh dich Und dich Neben dem kleinen Spot Oder was Scheiße Ich werd hier sterben Ich werd hier drinnen sterben In einer scheiß Seuche Muss hier durchlaufen Oh mein Gott Oh mein Gott Wo kommen wir da hin Au Was ist das für ein Wie kann das sein, Freunde Wie kann ich hier vorne die ganze Zeit Also seitdem wir hier im Heiligbaum sind Gebiet sind Wie kann es sein, dass ich hier durchspaziere Als wäre das Keine Ahnung, Alter Sonntagnachmittag Und jetzt plötzlich Ist es gewandelt Von Vom Schönen Ausflug Weißt du Schönen, ruhigen Ausflug Zu Alter Lass dir mal das Arschloch polieren Es tut mir voll leid Ja, ich tue es mir nicht leid Genauso denke ich nämlich Genauso das, was ich gerade sage Genauso denke ich Und fühle ich gerade, Alter So fühlt sich das hier gerade an, Alter Gefühlt bin ich 100 Meter entfernt Von diesen Drei Stachel Kristallleuten Und hab kaum noch Flaschen am Start Ach, hier geht es auch noch runter Cool Cool Angriff versuchen Cool 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 Wo wäre der andere Weg langgegangen? Okay Scheiße, Alter Nochmal zurück Ich weiß nicht Wenn hier ein Feuer ist Wo bin ich überhaupt, Alter? Ach, scheiße Vor allem die ganze Stadt Wo wir durchgelaufen sind Den einen Weg Rechts unten Da war noch so viel zu entdecken So viel zu entdecken Was ist das für Es endet niemals, das Spiel Es endet nie Es wird niemals enden, das Game Niemals 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 wird es enden Ich werde hier immer noch 2023 hängen Ich glaube, die Es wird nicht Wenn ich Die Die Wir haben was lauert doch im Sumpf, oder? Starker Feindboros, ja. Ja, ja, ja. Wieder so ein Pickelvieh? Ja. Geil, wuuuh, coole Kameraperspektive, oder? War geil, oder? Ja, und was sagt ihr dazu? Es ist ein unfassbarer Abfuck gerade, ich kann da nichts zu sagen, Alter. Es tut mir voll leid, ich bin so abgefuckt gerade. Und lass es dann auch raus. Ich probiere ihn jetzt noch einmal. Ja. 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 Ja, der Ort zum Kämpfen ist so beschissen, das ist ja wirklich nicht mehr normal. Alter, du siehst vor allem kaum was, was hier eigentlich passiert. Alter, mach das schon an. Ich schmerzt nicht so langsam. Cool. 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 Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, die Jährigezeit. Cool. Cool. Jetzt bin ich sowieso tot. Jetzt bin ich sowieso tot. Jetzt bin ich sowieso tot. Nee. Scheiß drauf. Hier ist Schluss, vorne. Ich hole mir meine Seelen. Ich habe keinen Bock drauf. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur Scheiße. Einfach riesige Scheiße, Alter. Riesige Scheiße. Was ist das für ein Ort zum Kämpfen, Alter? Ihr seht da, also wo soll man... Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wo man sich da am besten hinstellen soll. Dass die Kamera dich nicht abfuckt. Dass der Abgrund dich nicht holt. Dass du nicht in der Seuche stehst. Ach, ja, nee. Nee, es ist echt... Nee, sorry. Lieber hier aufhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann wieder mit besserer Laune. Ach, egal. Scheiß drauf. Haut rein.